Hallo liebe Finanzmarkt-Welt-Community, mein Name ist Mario Starnröck und wir schauen uns die Märkte wieder aus charttechnischer Sicht an. Sie haben mich zuletzt gebeten, ich soll klare Signale bzw. klare Handelsempfehlungen geben. Das hatte ich auch zuletzt gemacht, aber in dieser Ausgabe fällt es mir deutlich schwer. Warum das Ganze? Zuletzt hatte ich ein Short-Niveau zum Beispiel im DAX genannt. Das wurde einfach überrannt. Die Käufer sind aktuell außer Rand und Band, muss man sagen. Der nächsthöhere Widerstand wurde ebenfalls überschritten und jetzt muss man einfach vorsichtig sein. Man darf nicht nach oben einfach alles shorten, denn der Short-Squeeze nimmt seinen Lauf und da darf man sich nicht nach unten, sagt man immer, das fallende Messer. Und aktuell nach oben scheint es so, als hätte einer das Messer mit wahnsinniger Geschwindigkeit nach oben geschmissen und da wollen wir nicht reingreifen. Deswegen müssen wir, wir gucken uns weiterhin, Unterstützung, Widerstände in den Charts an, aber wir müssen jetzt schauen, was an diesen Marken passiert. Und ich möchte euch natürlich auch sagen, worauf man da achten soll. Was sind Zeichen für eine mögliche Trendumkehr bzw. für eine mögliche kurzfristige Gegenbewegung? Das ist zum einen bei einer Aufwärtsbewegung nimmt der Markt richtig doll Fahrt auf und bewegt sich also schnell an einen Widerstand und es gibt dann noch hohes Handelsvolumen. Dann ist das ein Zeichen von Erschöpfung und dann besteht eine gute Chance, dass genau dann, wenn wir das sehen, hohes Handelsvolumen, schnelle steile Bewegung an dem Widerstand, dann kann man sagen, okay, hier probiere ich einen Short und spekuliere zumindest auf eine Gegenbewegung. Wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass der Markt total zusammenbricht, einfach weil Rücksetzer werden momentan weiterhin gekauft und deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Aber trotzdem, man kann da trotzdem, ja, man kann da trotzdem dann die Gegenbewegung, kann man spielen. Aber genauso wenig möchte ich momentan auf der Long-Seite direkt einfach die Unterstützung kaufen, weil der Markt schon so weit gelaufen ist und je weiter ein Markt läuft, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend bricht. Und deswegen schaue ich auch auf der unteren Seite, was passiert an den Unterstützung und auch da kann man von der Vorgehensweise ähnlich rangehen und einfach nach so Erschöpfungszuständen schauen, wenn ordentlich verkauft wird, großes Handelsvolumen und nach Möglichkeit so Schatten, wenn man sich die Candlesticks anguckt, also das ist dann ein Zeichen, dass Preisbereiche nicht akzeptiert werden und da kann man dann auch wieder auf der Long-Seite kurzfristig nach oben was machen. Bitte auch hier nicht auf die große weitere Aufwärtsbewegung spekulieren, wir sind einfach zu heiß gelaufen. Und am Dienstag werde ich auf meinem Kanal wieder einen Livestream machen und da gucken wir uns dann auch wieder die Märkte an und deswegen abonniert meinen Kanal, um hier kein weiteres Video zu verpassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Dienstag bei mir auch im Livestream mit dabei seid. Vielleicht haben wir dann auch schon mal wieder etwas mehr Klarheit, wie es an den Märkten weitergeht. Und jetzt aber Kamera aus und Glasgugel an, wir schauen uns die Charts an. So und zuletzt hatte ich den DAX immer auf Stundenbasis gezeigt und jetzt müssen wir mal auf Tagesbasis umschwenken, um ein Stückchen weiter zurückblicken zu können. Hier sehen wir aber erstmal die 12.200 bis 12.280 Punkte Marke, das war mein Short-Niveau im ersten Anlauf und das wurde einfach nur überrannt. 12.400 bis 12.600, wenn wir mal zurückblicken, dieses Niveau hat in der Vergangenheit auch des Öfteren zu etwas deutlicheren Gegenbewegungen geführt, aber auch da haben wir nur eine mini kleine Reaktion nach unten gesehen und am Freitag schießt der Markt wieder aufwärts. Die US-Arbeitsmarktdaten wurden veröffentlicht 14.30 Uhr und das sieht man häufig jeden ersten Freitag im Monat, dass da zu schneller Bewegung kommt, fast oder oftmals unkontrollierbar und diesmal war es unkontrollierbar nach oben. 12.880 bis 13.000 Punkte ist das nächste Widerstandsniveau und auf dem Niveau haben wir am Freitag geschlossen, wenn wir uns das angucken. Hier sehen wir, wie der Markt früher in der Vergangenheit eine Unterstützung gebildet hat und hier sehen wir auch diese Schatten, die ich eben angesprochen habe. Das sind so Signale, wenn wir ein Unterstützungsniveau anlaufen. Hier, wenn wir sowas sehen, kann man in dem Bereich Long-Positionen aufbauen. Jetzt testen wir dieses Niveau aber von unten an, das heißt, dieses alte Unterstützungsniveau ist nach dem Ausbruch nach unten zum Widerstand geworden und hier könnte der Markt drehen, aber wir achten auf die Signale, die ich vorhin schon genannt habe. 13.200 auch nochmal ein wichtiger Volumenwiderstand und später, wir nähern uns dann immer mehr dem Allzeithoch. Je weiter wir steigen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend zumindest anhält. Denn oftmals sieht man nach so einem starken Trend, dass er eben nicht komplett wieder nach unten läuft, sondern eher eine Korrektur auf hohem Niveau ausbildet oder zumindest halt eine Seitwärtsbewegung. Die Korrektur, also dieses überkaufte Niveau, dann nicht über den Faktor Preis nach unten, sondern über den Faktor Zeit seitwärts ein bisschen ausgleicht. Schauen wir uns den S&P 500 an und auch hier hatten wir markantes Widerstandsniveau 3080 bis 3135 Punkte, breite Nummer. Und in der letzten Woche hatten wir auch schon gesagt, ja Mensch, die Käufer, die positionieren sich und das sieht eher danach aus, dass sie weiter nach oben wollen und ja, mit brachialer Gewalt. Auch im S&P 500 müssen wir mal schauen. Da haben wir einmal die 3172 bis 78, war markantes Verlaufstief als Widerstand, wurde überwunden. Jetzt die nächste Hürde, 3211 bis 22 hat der S&P erreicht. Wir haben eine kleine Gegenbewegung gesehen und hier die nächsten Ziele nach oben. Und an diesen Marken achten wir wieder auf Erschöpfungszustände, um hier kurzfristig, ja, zu einer kleinen Bewegung nach unten mitzunehmen. CRV 2 zu 1, also das Doppelte vom eingesetzten Risiko, sollte man nach unten verdienen, beziehungsweise dann die nächsten Unterstützung. Da kann man schon wieder aus der Short-Position aussteigen. Heißt, wenn man hier, ich sag mal, bei 3254 eine Short-Position eingeht, sollte man spätestens bei 3211, 3222 aus der wieder rausgehen. Ja, einfach, weil der Markt weiter stark ist. Schauen wir uns den Gold Future an und hier gab es am Freitag noch ein bisschen Schreckmoment. Ja, die Aktienmärkte steigen, der Safehaven wird nicht mehr gebraucht. So kommt es einem vor und aus technischer Sicht. Wir haben jetzt diese Make-or-Break-Unterstützung 1670 bis 1690, haben wir einfach schon sehr, sehr oft angetestet, öfter als das Widerstandsniveau. Und je öfter so ein Niveau angelaufen, angetestet wird, desto instabiler wird es. Einfach, weil Leute, die hier kaufen, irgendwann können die nicht mehr. Dann haben die ihre Position, ihre Depots so vollgeladen. Dann sagen die, boah, jetzt reicht es vom Risikogedanken her, kann ich einfach nichts mehr einladen. Und wenn die Käufer wegbrechen, dann dürfte es eine schnelle Bewegung nach unten geben. Aber im Bereich 1555 bis 1580 US-Dollar dürfte diese Abwärtsbewegung schon wieder stoppen. Und auch hier erreichen wir ein Unterstützungsniveau. Und da kann man schon wieder auf eine Gegenbewegung nach oben spekulieren. Wir gucken uns mal noch den Goldpreis in Euro an. Und wo wir gerade beim Goldpreis sind, ich werde sehr wahrscheinlich jetzt am Sonntag, am 7.6. noch eine Frage beantworten, die mir auf YouTube gestellt wurde. Und zwar kam die Bitte auf, oder ich soll mir doch mal die Edelmetalle Gold, Silber und aber auch die Minenaktien genauer anschauen. Und wer da Interesse dran hat, guckt am Sonntag auf meinen Kanal, abonniert ihn gerne. Und da nehmen wir die Edelmetalle mal genauer unter die Lupe. Hier schon mal ein kurzer Vorgeschmack. Der Goldpreis auf Euro-Basis, 1420 bis 1440 nächste Unterstützung. Und dann hier ganz markantes Niveau im ersten Anlauf ist das Long-Niveau, 1300 bis 1322 Euro. Noch kurzer Blick zurück, was ist hier passiert auf dem Weg nach oben? Wenn man sowas sieht, also wenn ein Hochpunkt nur so leicht überschritten wird, hier auch Hochpunkt leicht überschritten, Hochpunkt leicht überschritten, das sind auch Zeichen von Erschöpfung. Da werden nach oben hin kaum neue Positionen oder kaum mehr Käufer gefunden. Und das ist ein Zeichen von Erschöpfung. Und entsprechend wurde hier die Abwärtsbewegung eingeleitet, zumindest kurzfristiger Natur. So und jetzt gucken wir uns natürlich auch wieder den Ölpreis an. Und hier hatten wir ja zuletzt, hatte ich gesagt, 3580 bis 3640 ist Short-Niveau im ersten Anlauf. War dann aber in der letzten Woche schon zurückgerudert, weil wir hier uns auf hohem Niveau seitwärts bewegt haben. Und auch hier wieder so Schattenbildung auf der unteren Seite. Und das hat gezeigt, dass die Käufer hier Kraft sammeln. Und das war eher ein Zeichen für Long-Positionen. Dann sind wir nach oben ausgebrochen. Aus dieser Seitwärtsbewegung haben die 3580 bis 3640 kurz angelaufen, haben eine minimale Gegenbewegung gesehen. Für Swing Trader viel zu kurz. Für Day Trader kann man sowas machen. Und danach wurde gleich wieder das Unterstützungsniveau zum Widerstand. Schatten auf der unteren Seite und dann wurde das Niveau überschritten. Der alte Widerstand wurde zur Unterstützung, wurde direkt wieder Kaufniveau. Wo geht die Reise hin? Bis zur nächsten Hürde, bis zum nächsten Widerstand. 39 bis 39,70. Hier hat der Markt am Freitag geschlossen. Wir haben eine kleine Gegenbewegung gesehen. Und jetzt wird es für die Ölkäufer schon wieder dünn. 41 bis 41,5. Nächste Hürde. 42 bis 42,5. Nächste Hürde. Hier dürfte die Dynamik wieder etwas abflachen und Gegenbewegung auftreten. Wir schauen auf die entsprechenden Signale. Der Aufwärtstrend ist aber entsprechend weiter intakt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Niveau 35,80 bis 36,40 im nächsten Anlauf von oben auch wieder unterstützend wirkt und hier eine Gegenbewegung nach oben zu sehen ist. Das war es von meiner Seite für diese Woche und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, auch wenn das Wetter nicht so prickelnd ist. Wir machen auf jeden Fall das Beste raus und gucken mal, was in der nächsten Woche an der Börse passiert. Denkt dran, Dienstag um 9 Uhr Livestream auf meinem Kanal. Abonniert ihn sehr gerne, das würde mich freuen. Und jetzt sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Alles Gute für euch. Und jetzt sehen wir uns in der nächsten Woche. Und jetzt sehen wir uns in der nächsten Woche. Und jetzt sehen wir uns in der nächsten Woche. Und jetzt sehen wir uns in der nächsten Woche.